Herzlich willkommen zum dritten Teil der Lektion über elektrotechnische Arbeitssicherheit. Mein Name ist Rudolf Merkenstein, ich bin Ziviltechniker und Sachverständiger für Elektrotechnik und befasse mich beruflich mit Fragen der elektrotechnischen Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung. Im dritten Teil wollen wir uns vor allem über Organisationsmaßnahmen sowie über Qualifikationsanforderungen unterhalten. Die EN 50 110 regelt nämlich auch sehr genau, welche Qualifikation die Mitarbeiter haben müssen, wenn sie an elektrischen Arbeiten tätig sind, die in der Nähe elektrischer Anlagen durchzuführen sind. Es heißt daher die Frage, wer darf was selbstständig tun. Wir kennen hier nun drei wichtige Begriffe. Das ist die Elektrofachkraft, die elektrotechnisch unterwiesene Person und der Laie. Und die EN 50 110 weist nun bei verschiedenen Arbeitstypen die Qualifikationsanforderungen zu. Sehen wir uns einmal die Elektrofachkraft an. Die Elektrofachkraft ist definiert als eine Person mit einer geeigneten fachlichen Ausbildung, mit Kenntnissen und Erfahrungen, sodass er oder sie Gefahren selbstständig erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können. Sehen wir uns jetzt diese Anforderungen kurz einmal im Detail an. Zuerst wird verlangt, Kenntnisse der Elektrotechnik. Hier steht überhaupt nicht Lehrabschluss, Meisterprüfung, Ingenieur. Es heißt, Kenntnisse der Elektrotechnik. Woher diese erworben wurden, ist sekundär. Es wird Erfahrung mit elektrotechnischer Arbeit benötigt. Das benötigt aber auch Kenntnisse über die Anlage oder zumindest die Anlagenart, an der gearbeitet werden soll. Und es ist notwendig, eine praktische Erfahrung mit der vorgesehenen Arbeit zu haben. Nur dann, wenn ich die Kenntnisse der Anlage und die Erfahrung mit der vorgesehenen Arbeit habe, kann ich Gefährdungen erkennen, die während der Arbeit entstehen können. Und ich kann daraus die Sicherheitsmaßnahmen ableiten, die ich zu treffen habe. Man kann eine Elektrofachkraft auch anders herum definieren, nämlich, das ist jemand, der jederzeit erkennen kann, ob es noch sicher genug ist, die Arbeit fortsetzen zu können. Was können wir nun aus Schlussfolgerungen daraus ziehen? Die Kenntnisse der Elektrotechnik im Allgemeinen machen noch keine Elektrofachkraft aus. Wenn jemand bisher in seinem Leben nur an Niederspannungsanlagen, an Hausinstallationen gearbeitet hat, dann kann er nicht Elektrofachkraft in Hochspannungsanlagen sein. Und selbst wenn jemand in Hochspannungsanlagen gearbeitet hat, ist er wiederum nicht Elektrofachkraft für Kraftwerke. Und wenn jemand bisher nur im Installationsbereich gearbeitet hat, dann ist er noch nicht Fachkraft für die Inbetriebnahme einer großen Logistikanlage in einer Industriehalle. Das heißt, die spezifischen Kenntnisse über die Anlage, an der gearbeitet werden soll, muss jemand unter Umständen erst erwerben und sich aneignen, um dann als Elektrofachkraft eingestuft werden zu können. Ebenso muss man praktische Erfahrung mit der vorgesehenen Arbeit haben, zumindest mit einer vergleichbaren Arbeit. Das heißt, es ist heute nicht mehr möglich, einen Mitarbeiter einfach loszusenden, ohne nachzudenken, ob er die Arbeit, für die er heute eingeteilt ist, überhaupt bewältigen kann. Das heißt, auch Personen, die bereits eine einschlägige Berufserfahrung haben, müssen unter Umständen noch Dinge dazulernen, um für eine neue, bestimmte Arbeit als Elektrofachkraft qualifiziert zu sein. Der Begriff Elektrofachkraft wird heute nur mehr mit dem Zusatz geeignet für ein ganz bestimmtes Arbeitsgebiet, für eine bestimmte Arbeit erteilt. Zuständig für die Erteilung der Qualifikation ist der Arbeitgeber. Wir bewegen uns in unserem Industrieunternehmen im Bereich des Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetzes. Der eigene Arbeitgeber ist derjenige, der festzulegen hat, welcher Mitarbeiter hat für welche Anlagenteile die Qualifikation einer Elektrofachkraft. Das hat zur Folge, dass wir im Unternehmen etwas führen müssen, was wir Qualifikationsmatrix nennen. Wir müssen uns für jeden Mitarbeiter Gedanken machen, was hat er bisher gelernt, welche Erfahrungen hat er bereits, für welche Tätigkeiten kann ich ihn derzeit bereits einsetzen und für welche Schulungen muss ich ihn anmelden, damit er sich weiterentwickeln kann. Im Gegensatz zur Elektrofachkraft wird eine elektrotechnisch unterwiesene Person für eine ganz bestimmte Arbeit an einer ganz bestimmten Arbeitsstelle, in einer ganz bestimmten elektrischen Anlage eingewiesen und auf die Gefahren unterwiesen unterrichtet, die an dieser einen Arbeitsstelle für ihn relevant sind und die er dann einzuhalten und zu vermeiden hat. Das heißt, eine elektrotechnisch unterwiesene Person wird durch eine Elektrofachkraft detailliert unterwiesen unterrichtet. Bei der Elektrofachkraft steht das selbstständige Erkennen der möglichen Gefahren im Vordergrund, bei der elektrotechnisch unterwiesenen Person steht die Unterrichtung im Zentrum. Laie ist jemand, der weder Elektrofachkraft noch elektrotechnisch unterwiesene Person ist. Laien müssen bei Arbeiten an elektrischen Anlagen oder in der Nähe elektrischer Anlagen immer durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen beaufsichtigt werden. Auch ist es so, dass wir Regelungen haben betreffend elektrotechnisch abgeschlossene Betriebsräume. Betriebsräume, wo Elektrotechnik versperrt ist, sodass wir nur bestimmte Personen dort hineinlassen. Wer dort hinein darf, muss der Arbeitgeber regeln aufgrund der Einstufung Elektrofachkraft, elektrotechnisch unterwiesene Person oder Laie. Was sind noch weitere Details, die wir in der EN 5010 herausgreifen können? Ein wichtiger Punkt ist, dass die EN 5010 auch an den Arbeitenden selbst ganz klare Aufgaben zuweist. Er muss zum Beispiel immer selbst dafür sorgen, dass er einen festen Standort hat und dass er beide Hände frei hat. Ich darf daher auf einer Leiter nie Arbeiten durchführen, wo ich beide Hände benötige, weil ich kann auf einer Leiter nie beide Hände frei haben. Der Arbeitende muss ganz penibel darauf achten, dass er mit ausschwingendem Werkzeug durch Bewegungen bei der Arbeit nie in die Gefahrenzone eindringen kann und sich damit selbst gefährden kann. Und besondere Vorsicht ist daher geboten mit Werkzeugen, mit langen Rohren, Kupferstangen, mit den Enden von Kabeln, von Leitungen. Wenn ich Kabelzugarbeiten habe oder Ähnliches und da ein Seil zurückschnellen kann oder mein Werkzeug ausschwingen kann. Noch einmal, das ist etwas, wo die EN 5010 ausdrücklich den Arbeitenden selbst in die Pflicht nimmt. Umgekehrt heißt das für den Arbeitgeber, dass er seine Mitarbeiter in diesen Punkten auch unterweisen und unterrichten muss. Neu in der EN 5010 Ausgabe 2014 ist ein eigenes Kapitel für den Störlichtbogenschutz. Es werden sehr detailliert die Gefahren erläutert, die durch Lichtbögen, durch sogenannte Störlichtbögen, entstehen können. Die Gefahr liegt ja darin, dass aus irgendeinem Grund ein Kurzschluss erzeugt wird, dann ein Lichtbogen entsteht, eine Druckwelle, heiße Gase, Blendung und das für Mitarbeiter sogar tödlich sein kann. Auch umstehende Personen, die von der Arbeit betroffen sind, sind hier gefährdet. Und zentral ist, dass in dieser Ausgabe der EN 5010 das Thema Lichtbogenschutz ohne Nennung einer Spannungsebene, einer Nennspannung behandelt wird. Das heißt, es gilt für alle Spannungsebenen auch für Niederspannung. Und das ist neu. Bisher war das Thema Störlichtbogenschutz nur für Hochspannung in den Normen geregelt. Jetzt muss der Anlagenbetreiber ausdrücklich Regelungen erlassen zum Störlichtbogenschutz auch für Niederspannungsanlagen. Das ist neu. Dann gibt es einen ganz interessanten neuen Punkt, der heißt Kommunikation. Wenn an einer Arbeitsstelle Mitarbeiter beschäftigt werden, die unterschiedliche Sprachen sprechen, dann muss vor Beginn der Arbeit festgelegt werden, in welcher Landessprache die sicherheitstechnische Kommunikation erfolgt. Und wir kennen Unfälle, die dadurch passiert sind, weil eben Mitarbeiter sich nicht genügend verständigen konnten. Das ist jetzt damit geregelt. Und dann gibt es noch eine sehr umfangreiche Aufgabe für den Anlagenbetreiber, nämlich er muss Maßnahmen für den Notfall beschreiben und in Kraft setzen. Der Anlagenbetreiber muss Notfallpläne erstellen für sein Unternehmen, um Elektrounfälle zu verhindern und um, wenn es doch zu einem Unfall oder einem Benaheunfall kommt, dann geordnet reagieren zu können. Der Anlagenbetreiber muss daher eine Risikoabschätzung machen. Das muss er sowieso, weil jeder Arbeitgeber eine Arbeitsplatzevaluierung durchzuführen hat. Der Anlagenbetreiber muss ein Melde- und Berichtswesen für Arbeitsunfälle und beinahe Unfälle in Kraft setzen. Er muss für seine Mitarbeiter, aber auch für Fremdfirmen hier Sorge tragen, dass, wenn ein Unfall passiert, eine Meldekette, eine Kommunikationskette klar in Kraft ist und für jedermann bekannt ist. Und er muss die Zusammenarbeit mit Rettungsorganisationen und Hilfsorganisationen regeln. Es hilft zum Beispiel gar nichts, wenn der Notarztwagen innerhalb von drei Minuten beim Portier, beim Werkstor ankommt und dann zehn Minuten im großen Werksgelände im Kreis fährt, wenn er die Halle 15 nicht findet. Also es muss der Anlagenbetreiber eine Regelung in Kraft setzen, dass bei einem Elektrounfall der Portier, die Werkssicherheit, die Werksfeuerwehr entsprechend sofort einspringt und den Notarztwagen entgegennimmt und auf kürzestem Weg zur Unfallstelle leitet. Das ist ein kleines Detail, zeigt aber, welche Dinge hier ganz wichtig zu regeln sind. Fassen wir noch einmal zusammen. Die EN 5010 nennt uns ganz klar drei Qualifikationen. Die Elektrofachkraft, Menschen, die selbstständig erkennen können, sind sie jetzt in einer Gefahr, vermeiden sie die Gefahr noch im geordneten Maß und ist es noch sicher genug, weiterzuarbeiten, selbstständig erkennen. Die elektrotechnisch unterwiesene Person, die genau daraufhin unterrichtet werden muss, welche Gefahren an ihrer Arbeitsstelle drohen und wie sie die vermeiden kann. Und der Laie, der weder Elektrofachkraft noch unterwiesene Person ist und der beaufsichtigt werden muss bei allen Arbeiten an und in der Nähe elektrischer Anlagen. Und die EN 5010 gibt uns umfangreiche Anforderungen betreffend Organisation, Arbeitsalltag, Arbeitsabläufe für elektrische Anlagen. Insgesamt ist die EN 5010 über 80 Seiten stark. Es dauert eine geraume Zeit, sich damit zu befassen und wirklich alle Details kennenzulernen. Es bleibt aber niemandem in unserem Kollegenkreis erspart, sich damit detailliert auseinanderzusetzen. Industriebetriebe müssen damit rechnen, dass es zwischen 12 und 24 Monaten dauert, diese Anforderungen korrekt umzusetzen. Umgekehrt kann ich berichten, dass wir nachweisen können, bei großen Konzernen, dass eine korrekte Implementierung der EN 5010 die Arbeitsunfälle im elektrischen Anlagenbereich dramatisch gesenkt hat auf 20 Prozent gegenüber früheren Zeiten. Also der Erfolg gibt Recht. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.